Heute haben wir bei 7 Mädels Blind Daten den fantastischen Adi Tutoro zu Gast. Die günstige Version von Hazel Brugger. Hinter dem Vorhang warten 7 Frauen, die bereit sind, sein Herz zu erobern. Jede Runde fliegt eine raus, bis am Ende nur noch eine übrig ist. Wird Adi die Liebe seines Lebens finden? Ich bin mittlerweile 24 Jahre alt und es wird eng. Wir finden es heraus. Und wenn Adi einmal nicht weiter weiß, kann er unseren neuen Joker benutzen, der ihm eine Entscheidung abnimmt. Ich weiß selbst nicht, was dann passiert, also bleibt gespannt. Herzlich willkommen zu Blind Daten mit Adi Tutoro. Moin, da bin ich. Was geht ab? Wir sind direkt in der ersten Runde. Du siehst sieben Paar Schuhe. Was denkst du? Wir haben hier vorne Uckboots. Uckboots sind einerseits Shit wegen Leder und so Story. Aber sie sehen halt leider gut aus. Die sind doch so ein, keine Ahnung, irgendein random Laden. Ich habe die für 10 Euro gekauft. Okay, Fake Uckboots. Ist das besser oder schlechter? Ist schon besser. Die sehen ja gleich aus, ist eigentlich egal. Zweite ist so ein bisschen edel. Dann Sneaker. Ich habe von Sneakern absolut keinen Plan tatsächlich. Dann haben wir dort so Funktionsschuhe, würde ich sagen. Dann haben wir da nochmal Nikes. Die finde ich jetzt tatsächlich nicht so geil. Auch weil die Jeans da so drauf droppen. Dann haben wir nochmal edel. Und dann der klassische Phoebe Viewer Fit am Schluss. Wenn du jetzt eine Freundin hättest, welche Paar Schuhe würdest du ihr geben? Zum Beispiel diese edeln Schuhe sind halt für einen Anlass, wo die auch passen. So im Alltag würde ich jetzt das nicht, würde es jetzt der nicht geben. Die zweiten von hinten auch nicht. Aber die haben trotzdem Swag. Bei den Uckboots finde ich jetzt die Socken ein bisschen affig, muss ich sagen. Affig? Ja, schon ein bisschen affig. Du darfst eine Frage stellen. Hast du eine? Okay. Ich komme ja aus der Schweiz und in der Schweiz ist Geld sehr wichtig. Deshalb muss ich direkt am Anfang fragen, was habt ihr für eine Ausbildung oder mit was verdient ihr euer Geld? Und am besten noch, wie viel Geld verdient ihr? Ist es dir wichtig, dass deine Freundin Geld verdient? Ich will ein Spielermann werden. Spielermann? Okay, nein. Ein Spielermann. Kandidatin 1. Wie viel Geld verdienst du und was machst du? Also ich mache noch eine schulische Ausbildung als Sozialassistentin. Und nebenbei arbeite ich im Club und da verdiene ich halt 520 Euro Minijobbasis. Lass mal mal so durchgehen. Kandidatin 2. Was machst du beruflich und wie viel Geld verdienst du? Ja, ich würde so sagen zwischen 1,7 bis 2. Ich mache eine Ausbildung als Chemikantin und dazu habe ich halt auch einen Minijob in einem Club. Chemikantin? Ja. Das ist Chemikerin? Ja, sozusagen. Ich arbeite in einer großen Anlage. Ich kontrolliere halt die Prozesse. Ah, das ist so wie Laborantin, nur mit Chemie? Ja, also wie Laborantin, nur in Groß. Also ich bin halt in der Produktion tätig. Ich habe tatsächlich nichts verstanden. Ich würde weitermachen mit der dritten Person. Also ich mache noch Abitur und habe auch einen Minijob oder eher gesagt 2. Immer arbeite ich im Hotel im Service und auch im Club hinter der Bar. Wieso arbeiten die alle im Club? Okay, Kandidatin 4. Was machst du beruflich? Ich mache eine Ausbildung als MFA und verdiene sie 900. Was ist MFA? Medizinische Fachangestellten. Aha. Die könnte dich also verarzten. Oh. Gut. Kandidatin 5. Ich arbeite als Kulturmanagerin und habe aber eigentlich Nachhaltigkeitswissenschaften im Master studiert. Also aber auch so die Range vom Gehalt 1,7 bis 2 würde ich mich mal anschließen. Also reich bist du bis jetzt noch nicht. Nee, das wäre tatsächlich in der Schweiz ein schlecht bezahlter Urlaubsjob. Aber ich finde es cool, dass du in der Kultur arbeitest. Mhm. Kandidatin 6. Ich mache Social Media und bin selbstständig, also ist das Gehalt immer sehr unterschiedlich. Und was genau würde ich jetzt hier nicht sagen, also wie viel ich verdiene. Aha, da ist auf jeden Fall Geld im Spiel. Ja, finde ich gut, aber eine Partnerin zu haben, die Social Media macht, hatte ich jetzt 1,5 Jahre, deshalb muss ich gucken, wie es weitergeht. Ja, also ich mache eine Ausbildung als Mediengestalterin aktuell, also verdiene ich einfach nichts, so gefühlt. Also ich bin broke. Ich muss tatsächlich sagen, mit dieser Frage habe ich jetzt nicht so extrem viel dazugelernt. Ich weiß jetzt so ein bisschen, wo die Leute arbeiten. Dann würde ich tatsächlich die Nummer 4 rauspuppen, wegen den Schuhen. Aber dieses Funktionell, das passt voll zu dir. Ja, okay, fair. Ja. Kandidatin Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, schön. Es freut mich, hallo. Schöne Haare. Ja, sorry, dass es nicht geklappt hat, aber ich habe ein kleines Geschenk für dich dabei. Und zwar ein Chocoban. Oh, danke schön. Dann werden wir jetzt wieder abfahren. Tschüss. 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 Schön, dass du da warst. Drei, zwei, eins. Und boop. Oh, shit. Okay, alle sehr baggy, würde ich sagen. Ich finde tatsächlich, die Ugg-Boots, die haben auf jeden Fall gewonnen. Ich finde, mit diesen Trainerhosen und so, das drippt schon ordentlich rein, auch wenn ich die Socken jetzt noch ein bisschen, ja, so ein bisschen okay finde. Aber es ist kuschelig. Ja. Es ist kuschelig, das ist cool. Und ich mag kuschelige Sachen, außer dein Hund. Dann, ja, Nummer zwei sind die Hosen leider tatsächlich, ich nenne es mal so Sushi-Hosen nennen, weil es wie so eine Sushi-Rolle halt, wenn es so eng ist, eingerollt ist. Es ist nicht so mein Vibe. Okay. Nummer drei ist ein bisschen edel, finde ich auch gut. Nummer fünf. Ja. Ja, ist okay. Und Nummer sechs finde ich cool. Nummer sechs ist so am ehesten dein Style, ne? Ja. So ein bisschen chiller. Sie sieht auch aus, als würde sie skaten oder so. Ja. Dann ist sie ein Kickflip. Ich mag sehr, sehr gerne Musik und Musik ist mir wichtig. Deshalb habe ich meine legendäre Nasenflöte mitgenommen. Die funktioniert so. Das ist meine Nasenflöte, das war die Schweizer Hymne. Und ich würde jetzt die Nasenflöte rumgehen und jeder darf einen kleinen Song auf der Nasenflöte spielen. Und dann gucke ich mal, wer gut Nasenflöten spielen kann. Wie cool. Ich würde jetzt einfach zu dir eingehen. Hallo? Okay, Kandidatin eins. Viel Glück. Ja, Applaus für Kandidatin Nummer eins. Applaus für die erste Kandidatin. Wunderbar. Wunderbar. Hä, das geht nicht. Ja, ich würde sagen, Kandidatin Nummer eins kannst du nicht. Kandidatin Nummer zwei. Das ist ein Minus dann, ne? Nö. Ich kann es nicht. Kandidatin drei. Leute. Kann niemand die Nasenflöte spielen? Es ist echt so schwer. Kandidatin vier. Nö. Aber machst du das durch die Nase oder durch den Mund? Nur durch die Nase ausatmen. Ja, schade, ne? Ne, geht nicht. Okay. Nummer sechs, wir hoffen auf dich. Ich fände es so geil, wenn es nur ein Ton rauskommt. Ich würde vielleicht sogar den Heiratsantrag dann. Da kommt ja was ein bisschen raus. Nummer sechs. Nummer sechs. Da war was, da war ein Ton. Und ich würde sagen, musikalisch eine 10 von 10. Hast du toll gemacht. Danke, danke. Ich habe mir größte Mühe gegeben. Gut nicht. Boah, das ist voll Lippenstift jetzt. Ja, sorry. Ja, das war meine Taktik tatsächlich, wenn ich es in der Lippenstift hatte. Wer hat den Lippenstift von euch auf? Ja, reicht jetzt auch. Tatsächlich hat mich das gar nicht weitergebracht. Aber Nummer sieben, äh, Nummer sechs, hat einen Ton rausgebracht. Das ist auf jeden Fall ein... Okay, Nummer sechs ist auf jeden Fall weiter. Mir wäre es halt wichtig, dass man in der Beziehung dann auch Nasenflöte spielen kann. Mal an so einem Sonntagabend mit einer Kerze zusammen. Duett. Müssen wir noch gucken, wie wir das machen. Anderes Thema, Sport. Wie steht ihr so zu Sport und was für eine Sportart macht ihr am liebsten? Okay, Kandidat Nummer eins. Was machst du für einen Sport? Ähm, ich mache Cheerleading. Oh. Oh. Hast du dann so ein Cheerleader-Outfit an? Ja. Ja. Siehst du dich bei so einem Cheerleading-Outfit? Würdest du das auch im Schlafzimmer dann theoretisch anziehen? Klar. Gut. Gut. Kandidatin zwei. Was machst du für Sport? Ich tanze gerade. Ah. Was? Tanze gerade so. Ist das so irisch? Nein, das ist Karneval. Ach so. Oh mein Gott. Aber wenn ihr gleich rauskommt, müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen was zeigen. Kandidatin Nummer drei. Was machst du für einen Sport? Also, ich habe schon alles ausprobiert und kann auch dementsprechend eigentlich relativ viel. Aber jetzt gehe ich gerade nur ins Gym. Immerhin Gym. Ja. Kandidatin vier. Was machst du für einen Sport? Ich mache hauptsächlich Ballsportarten, also Fußball, Handball. Und würde aber auch sagen, dass ich einfach sehr gerne draußen bin. Also wandern, laufen, schwimmen. Skifahren. Das steht auf der Bucketlist. Konnte ich bisher noch nicht umsetzen. Aber ja, will ich übel gerne. Könntest du es dir beibringen? Ich habe eine Skilehrerausbildung tatsächlich. No way. Ich bin ein ausgebildeter Skilehrer. Deshalb könnte ich das ja. Cute. Das wäre eigentlich ein cutes Date. Kandidatin Nummer fünf. Wie sieht es bei dir aus? Ich gehe sehr regelmäßig ins Gym und ich fahre seit über 20 Jahren Ski. 20 Jahre? Ja. Ich habe sehr früh angefangen. Meine Eltern haben mich auf die Skier gestellt, wo ich gerade laufen konnte. Was hast du für eine Skimarke? Ich glaube HET, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. HET ist ja schon mal ein gutes Stichwort. Aber du leihst sie wahrscheinlich immer aus, oder? Ich leih keine aus, ich habe alles selber. Cute. Kandidatin Nummer sechs. Ja, aktuell bin ich gerade auf Sportsuche, weil ich hier neu hingezogen bin. Also ich habe auch schon gefühlt alles durch, ich habe schon Fußball durch, Tischtennis habe ich auch gespielt. Ja, das ist eine Sportart. Das ist anstrengend, okay, das ist nicht nur Ball hin und her. Ich habe auch Badminton mal gespielt. Ski bin ich auch einmal gefahren. Also Tischtennis finde ich cool, Badminton finde ich sehr, sehr cool. Ich spiele sehr, sehr gerne Badminton. Deshalb, ja gut, Nummer sechs bleibt eh drin, weil sie den Ton hinbekommen hat. Aber cool. Nummer fünf aber auch cool mit den 20 Jahren Ski. Ja, das ist auch cool. Auch sehr cool. Basierend darauf musst du jetzt aber eine rauswählen. Ich habe tatsächlich eine ganz klare Meinung. Und zwar müsste die Nummer zwei raus. Wegen den Hosen und Karnevalstanz ist jetzt nicht so mein Kryptonit, sage ich mal. Das ist aber super cute mit diesen Hüten. Ja, das sieht tatsächlich sehr affig aus. Also kannst du nicht hingehen und sagen, also meine Sportart ist Karnevalstanz. Das ist übelst anstrengend, mach mal dein Bein hoch. Geht das so? Was hier? Ich mache es mit ihr gerne zusammen. Dann Kandidatin zwei, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich. Wie heißt du? Melina. Ich finde der Tanz gerade cool. Wollen wir zusammen tanzen, träbeln? Ich habe hohe Schuhe an. Aber das haben doch in Köln die Garde-Mädchen auch immer. Ja, man, nicht so hohe. Aber ich kann Spagat machen. Oh, okay. Und Spagat. Boah. Aua. Mit Jeans. Mit Jeans. Da hast du mir tatsächlich einen Schokobohr verdient. Danke schön. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Jetzt du Spagat. Ich kann keinen Spagat. Den hier habe ich mal so ein bisschen. Aber ich kann den nicht mehr. Oh, oh, oh. Tiefer, 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 tiefer. Ich drücke den. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Okay. Nächste Runde. Man muss die klassische Frage stellen. Ich glaube, die gehört einfach dazu. Was ist so eure Lieblingsband oder Lieblingsmusiker? In welche Richtung geht das so? Kandidatin Nummer eins. Was ist dein Lieblingsband oder dein Lieblingsgenre? Genre ist so Army-Rap, aber Band ist ACDC und halt Musiker-Reezy. Okay. Okay, Kandidatin zwei. Was hörst du so für Musik? Das ist ganz schwierig. Ich höre irgendwie alles. Aber im Moment höre ich sehr viel Alligator. Alligator. Kandidatin drei. Was hörst du für Musik? Ja, durch meinen Job höre ich eigentlich echt alles Mögliche. Aber hauptsächlich Hip-Hop und Deutschrap. Welche Richtung so? Gerade sehr viel Bolo-Boys. Und dann sonst Quormi, Tom Hengst, OG Kimo. Also passt auf jeden Fall. Sie passt zum Outfit und zu den Schuhen und zum Job. Musik passt alles zusammen bei ihr. Findest du das gut oder nicht? Es passt auf jeden Fall. Ob ich es gut finde, sehen wir nachher. Okay. Kandidatin vier. Was hörst du für Musik? Also wenn ich feiern gehe, am liebsten Techno. Und ansonsten höre ich aber auch Deutsch und Pop. Aber ich bin auch sehr flexibel. Ich höre ganz viele verschiedene Musikarten. Was sind so deine Künstler, die dir jetzt gerade einfallen würden? Bennet. Der hat den Remix von Warsaw Torsche Mal gemacht. Weil ich früher sogar im Chor diesen Song gesungen habe. Und ich dachte so krass fand, dass dann irgendwann dieser Remix rauskam. Kandidatin fünf. Was hörst du für Musik? Ich höre eigentlich fast jedes Genre. Also von Rap bis zu Klassik. Klassik mag ich tatsächlich auch voll gerne. Klassische Musik. Aktuell höre ich viel 21 Savage, Kendrick und Metro Boomin mag ich sehr. Metro Boomin wants some more. Was hörst du denn für Musik? Ich höre glaube ich fast nur Deutschrap tatsächlich. Ich bin so gar nicht im Ami-Rap drin. Die Klassiker halt, ne? BRZ. Rin jetzt wieder. Auch QMI. Ikimel. Die ist so ein bisschen neuer. Die macht so Techno. Beat Raps. Also so in diese Richtung. Okay. Basierend auf dieser Antwort musst du aber jetzt eine rauswählen. Ich würde, glaube ich, Nummer vier rauswählen. Was? Warum? Einerseits wegen dem Style. Die fährt 20 Jahre Ski. Aber Skifahren ist halt nur das halbe Jahr und nur die halbe Miete. Mhm. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen wegen dem Style. Weil es ist extrem schwer. Alle hören irgendwie so die ähnliche Musik und so. Deshalb muss ich jetzt hier auf Style gehen. Ich finde es voll gut passen. Egal. Ah ja. Egal. Dann Kandidatin Nummer vier. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Wow. Du siehst so hübsch aus. Moin. Hello. Damn. Heute hat es nicht gereicht. Sorry. Ist okay. Aber willst du Darmkampf spielen? Ja. Okay. Drei, zwei, eins, go. Ja. Oh Mann. Tschüss. Oh, ja. Du darfst tatsächlich ein Schokobohr haben. Vielen Dank. Bitte. Danke, dass du da warst. Tschüss. Wow, sieht sehr sportlich aus. Ja. Okay, dann jetzt in die nächste Runde. Wie gefallen dir die Outfits? Was sticht dir am meisten ins Auge? Wow. Vor allem Nummer eins und Nummer zwei. Das sind die Fünf-Sterne-Charaktere, die in der Honkai Star Rail Version 1.60 vorgestellt wurden. Hast du vielleicht eine Frage? Okay, wie heißt ihr und was sind eure Fähigkeiten? Nummer eins. Wie heißt du und was sind deine Fähigkeiten? Ich bin Juan Mei. Bereit, eure Herzen zu erobern. Ihr findet mich in der magischen Welt von Pinakone in Honkai Star Rail. Meine Fähigkeiten, die Zeit zu manipulieren, wird dich verzaubern. Nummer zwei. Und ich bin Dr. Ratio, der geniale Wissenschaftler. Meine technologischen Erfindungen sind revolutionär. Basierend auf diesen Aussagen musst du aber leider eine Person rauswählen. Während Adi überlegt, habe ich noch eine Überraschung für euch. In der Videobeschreibung findet ihr einen Geschenkecode für 50stellarejade. Tut mir leid, Dr. Ratio, aber ich muss mich ja für irgendjemanden entscheiden. Deine Erfindungen sind cool, aber Zeitmanipulation klingt einfach unschlagbar. Hi. Hi. Du siehst ja mega cool aus. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke, dass ich mitmachen durfte. Ich muss jetzt aber zurück nach Pinakone. Das klingt super spannend. Da muss ich auch unbedingt mal hin. Falls du deine Entscheidung bereust, kannst du dir ja einfach Honkai Star Rail runterladen. Der Link ist in der Beschreibung. Mit den Codestars kannst du dann mit allen Charakteren spielen und Abenteuer in der neuen Welt Pinakone erleben. Okay, das war crazy. Jetzt geht's wirklich in die nächste Runde. Okay, welches Outfit findest du auf Anhieb am coolsten? Äh, tatsächlich Nummer vier. Mhm. Das ist das coolste Outfit. Ich mag den Hoodie von Ola Cala. Mit den Kopfhörern kommt geil. Das Shirt so ein bisschen unten raus. Allgemein, ich würde sagen, Style ist momentan Nummer vier. Mhm. Am coolsten. Wie steht es zu Nummer drei mit den... Ja, ist auch cool. Ja? Den passt auch wieder zum... Findest du witzig? Zum Gesamtbild. Also ich finde so, Nummer drei ist so sehr... Da passt alles. Mhm. Da passt alles. Safe. Nummer eins hat sich leider wieder ein bisschen verschlechtert, weil ich Bauchnabel-Piercings nicht so mag. Echt? Nee, ist nicht so mein Ding. Ah, okay. Und Nummer zwei ist Nummer zwei. Aber sie hat viel Schmuck. Könnt ihr mal alle eure Hände zeigen? Ja, könnt ihr mal alle Hände zeigen? Okay. Hände zittert ein bisschen. Oh, okay. Aber Nummer zwei hat krasse... Wie sagt man denn? Krasse Nails? Krasse Nails. Ey, du hast es echt genailt. Ha! Hilarious. Ähm, Nummer drei hat auch Nägel und Nummer vier auch. Findest du das gut, so Fake-Nails? Ich finde es gut, wenn Leute prinzipielle Nägel haben, ja. Okay. Du kannst jetzt eine Frage stellen. Ja, ich würde tatsächlich zur Box greifen. Okay. Geht das? Ja, der Joker. Ich nehme jetzt einfach eines raus. Ja. Da ist ein Dart drin. Okay. Der Joker ist anscheinend, dass du einen deiner Kandidaten rauswählen musst. Und zwar, indem du sie rauswirfst. Du musst entweder Nummer eins, zwei, drei oder vier rauswerfen. Die Distanz kannst du dir selber entscheiden. Das Gute an dem Joker ist, du weißt gerade nicht, wie du dich entscheiden würdest. Aber der Joker hilft dir dabei. Tut mir leid. Ich werfe jetzt. Die Eins. Die Eins. Wow. Das war Schicksal. Mitten ins Herz. Also Nummer eins. Der Dart hat leider entschieden. Du darfst jetzt hervorkommen. Hallo. Da, 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 da. Schön, dass du da bist. Hallo. Tut mir leid. Der Dart hat die Eins getroffen. Alles gut. Halbfinale. Wuhu. Lass mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen, wo es ja gehen soll. So ein Dating-Mess. Ich hatte, by the way, noch nie ein Date in meinem Leben. Machst du aber, Mensch. Ich hatte noch nie so ein Kennenlern-Date. Ich mach das aus Spaß. Wirst du jemanden, der eigentlich nur schreibt? Ja, schreibt. Wir müssen Zeit vertreiben. Okay. Wie würde für euch so ein perfektes Date aussehen? So, was würdet ihr machen? Wohin würde man gehen? Kandidatin Nummer eins. Wie würde für dich ein perfektes Date aussehen? Also, ich wäre eher so für was zusammen einkaufen und dann halt zusammen Essen machen. Anstatt irgendwie essen zu gehen oder so. Dieses Klischee, dass der Mann zahlt. Dass wir halt dann einfach zusammen was essen, dann einen Film schauen. Und, ja. Und es einfach ist spannend. Ja, weiß ich das Geschicht, ja. Okay. Nummer zwei. Wie würdest du? Wie würde dein Date aussehen? Ich würde es ein bisschen von der Jahreszeit abhängig machen. Ich würde im Sommer echt voll draußen wandern. Irgendwie geile Snacks essen. Getränke einpacken und sich dann irgendwo auf dem Weg da ein schönes Plätzchen suchen. Und einfach unterhalten. Und später dann, wenn es matcht, noch irgendwas cooles machen. Und Winter würde ich sagen, ja, ich liebe halt Sauna und sowas. Ich weiß nicht, ob. Aber es wäre wild fürs erste Mal eigentlich. Ja, Sauna wäre schon ein bisschen wild für das erste Mal. Aber man kann ja auch voll reingehen direkt. Also muss ja nicht immer zurückhalten. Bist du so jemand, der so direkt in your face rein? Ich hatte noch nie ein Date. Würdest du theoretisch, wenn du jemanden auf ein Date einladen würdest, in die Sauna gehen? Nee, das ist Quatsch, das geht nicht. Würdest du schwimmen gehen? Schlimmer gehen, Sauna, ja, ist aber cool. Okay, Kandidatin 3, wo würdest du auf ein Date gehen? Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall so ein Activity-Date machen. Also nicht, dass man Activity spielt, sondern dass man halt was unternimmt. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, warum auch immer, ist Minigolf. Und ja, dann so gucken, wohin der Tag so führt. Ich hätte eher so dann so ein Sponti-Ding draus gemacht. Keine Ahnung, dann vielleicht so ein Café, so ein bisschen was essen gehen. Und dann vielleicht, je nachdem, wo man das macht, dann zu jemandem nach Hause gehen und so einen Filmabend dann noch machen, je nachdem, wie lang das Date geht. Crazy. Ich finde Minigolf wirklich cool, weil dann hast du so ein bisschen so eine ... Wie sagt man dem? Man kann gewinnen. Ich glaube, das ist immer cool, wenn so ein bisschen was Ehrgeiziges dabei ist. Ja. Da sieht man auch direkt den Charakter. Ja, ja, genau. Ich finde das dann cool, wenn man so ein bisschen stichelt und so. Ich glaube, da ist Minigolf gut. Und ich finde es immer gut, wenn man so eine Aktivität hat. Ich wusste nicht mal, das ist Wort. Wie hast du das gesagt? Activity-Date. Activity-Date. Ich hab mir das gerade auf der Nase gezogen. Ja, das ist der Fachbegriff. Das finde ich cool. Mhm. Da macht man so ein bisschen was. Da musst du auch nicht immer durchreden. Man kann sich auch auf den Schlag konzentrieren und einlochen. Okay. Ich mach zum Beispiel auch Skifahren. Ist meiner Meinung nach immer noch das beste. Really? Du machst Skifahren? Nee, nee. Skifahren ist das beste Date meiner Meinung nach. Klar ist in Deutschland ein bisschen schwer, aber Skifahren ist geil, weil wenn das Date gut ist, dann kannst du zusammen Skifahren und auf dem Lift reden. Und wenn das Date schlecht ist, dann kannst du auf dem Lift so ein bisschen reden, aber immer noch Skifahren. Ja, same. Du hast so oder so Spaß. Und wenn's gut läuft, könntest du auf der Gondel auch dann so cute cuddly werden und dann wieder Skifahren, wieder so Activity. Also Skifahren ist meiner Meinung nach das beste Date, aber Minigolf kommt auch. Basiert auf diesen Antwort musst du jetzt aber eine rauswählen. Ähm, ich glaube, die Entscheidung fällt auf die Nummer eins. Eins. Ach, warum? Woran lag's? Ich glaub, die anderen zwei matchen mir einfach mehr. Okay. Ja. Dann Kandidatin Einzug kannst du jetzt hervorkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke schön. Hi. Danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Dann Finale. Du hast jetzt noch zwei Ladies. Ich würd sagen, vom Style her passen die eigentlich beide zu dir. Hm. Ja, Style ist bei beiden gut. Die sind beide so, darf ich sagen, das ist so ein bisschen ironisch-chiller. Oder? Würdet ihr sagen, das ist ironisch-chiller? Was ist ironisch-chiller? Hey, check schon, was ich weiß. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Ironisch-chiller ist einfach, sie hat halt so Katzen auf ihrem T-Shirt und er hat eine Kindertasche. Ihr checkt schon, was ich meine, oder? Ja, ja, ja. Guck, ich hab das. Du hast Katzen und du hast hier so einen Fuchs, ein kleiner. Ich würd sagen, das ist krass ironisch-chiller auf jeden Fall. Was bei mir bei Girls sehr, sehr wichtig ist, dass sie einen guten Handschlag haben. Also ich mach Handschläge auch mit Girls. Deshalb würd ich gerne mal so einen Clap. Seht ihr meine Hand? Wir machen jetzt einfach so, ich komm so und dann machen wir so einen Clap, okay? Machen wir so einen chilligen. Okay, mach du mal einen chilligen. Ja, der war nicht so chillig. Ja, der war so ein bisschen gefuddelt. Ja, der war ein bisschen gefummelt, ne? Ja gut, hat mir jetzt auch gar nichts gebracht, dass ich es gemacht hab, aber... War einfach mal wichtig. War einfach mal wichtig. Zum Schluss kommt die wichtigste Frage der Fragen. Mhm. Wie steht dir zu einem Oberlippenbart und einer Frisur, die so ein bisschen mullet-mäßig ist? Und einem Topf? Kandidat Nummer eins. Wie stehst du zu einem Oberlippenbart und einer Topffriseur? Ich würd sagen, das ist eine Kombi, die man so richtig ownen muss. Und ich würde sagen, dann kann das extrem nice sein, wenn jemand auch den Charakter dafür hat. Ich würd jetzt sagen, das passt bei dir auf jeden Fall. Finde ich, finde ich sexy. Und das, obwohl wir uns nicht gesehen haben. Krass. Candida sind zwei. Wie stehst du zu einem Topfschnitt? Ähm, ja. Also, ist mir eigentlich relativ egal. Also, Hauptsache, der Charakter stimmt. Und oft nur der Charakter zählt. Nein, also, pff. Also, mir ist das wirklich relativ schluppe. Welche Haare findest du bei Mädels cute? Ich mag's, wenn sie Haare haben grundsätzlich. Das ist schon mal cool. Ja. Ähm, dann, wenn sie Haare haben, mag ich so ein, auch so vorne, wie sagt man dem? Bei Frauen, wenn's... Pony? Ja, so Pony-mäßig. Mhm. Mhm. Aber ich bin nicht so ein Haarexperte tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Also, wenn die Haare schön sind, sind die Haare schön. Aber ich kann jetzt da keine Fuck-Begriffe nennen. Blond, braun. Ich find blond cool, ich find braun cool. Ähm, gefärbt, ja, ab und zu, es muss passen. Ich glaub, gefärbte Haare muss man auch ownen. Ja. Was hast du für eine Farbe? Blau. Blau find ich nicht so cool tatsächlich. Ähm, kurze Haare find ich nicht cool. Aber ich seh ja, ich hab beide lange Haare. Das ist schon mal gut. Aber sie hat so rote Haare. Ich bin farbenblind. Wer hat rote Haare, links oder rechts? Rechts. Rechts hat so lila Haare, oder? Oder nicht? Ja, da hast du Strählen drin, ne? Ja. Spielst du Computerspiele? Ja. Was? Kommt drauf an. Also, CSGO, Valorant oder auch in die andere Richtung, Animal Crossing, Pokémon, alles so. Bist du ein Gamer? Ich hab tatsächlich CSGO in Valorant gespielt, ja? Und Minecraft. Wow, das passt so gut zu euch. Was für ein Rank bist du in CSGO? Ähm, das Schlechteste, aber in Valorant bin ich Ascendant 1. Ich fänd's cool, nach dem Nasenflöten-Spiel eine Runde CSGO zu spielen. Zusammen. Hm. Und mit wem? Mit welcher Kandidatin? Wahrscheinlich mit ihr rechts, weil sie CSGO spielen. Ja, süße, dann hast du doch deine Entscheidung getroffen. Ja, ja. Ich glaub, ich hab meine Entscheidung getroffen. Okay. Es tut mir leid, ich würde tatsächlich Emily nehmen. Johanna. Das klingt so, als würde ich ein Produkt aussuchen im Laden. Hören wir euch gerne in die Emily. Sie heißt nicht Emily. Ey, Alina. Johanna, du kannst dann jetzt hervorkommen. Hallo. Hoi. Hi. Hey. Hi. Oh, du siehst cool aus. Danke. Hat leider nicht gereicht heute. Tut mir leid. Was denkst du? Wär erst wert gewesen. Top Style auf jeden Fall. Bup. Graziell. Danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Okay, dann die Gewinnerin. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Gang, gang, gang. Ah, cute. Alles geht? Hi. Freut mich. Hallo. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, was denkst du? Coole Tasche, ich mag die. Die ist cool. Danke. Cooler Hoodie. Danke. Ich mag ihn auch. Was denkst du über deine Gewinnerin? Ich hab den Hauptpreis gewonnen. Ach, süß. Sag ich nie wieder in meinem Leben. Das ist so süß. Okay, dann ihr zwei. Ja. Geht in euer Date. Und klickt auf den Link in der Beschreibung, um Honkai Starrail runterzuladen. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns. Viel Spaß. Ach, sie werden so schnell erwachsen. Der Adi. Irgendwann. Ich wusste, er findet die Liebe seines Lebens.